hallo und willkommen zurück zur siebten folge von let's play alien isolation ja letzte folge haben wir das medkit für taylor besorgt jetzt bis wir es nur noch bringen frage ist natürlich wie machen wir das ja den weg zurück müssen wir finden dafür steht er immer noch da ist ja gut ich gehe schon anderen weg also ich muss jetzt kann ich denn da hinten rum denke ich schon ok 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 alles gut also das wird erstmal die letzte folge sein denke ich mal eine woche wurde die jetzt mit er also welche versorgt eine woche wird dann pause sein also von alien isolation zumindest ja moin ich gehe mal ganz einfach bei jana gut hat keiner gesehen ok ich glaube nicht Der Empfang ist Sperrgebiet. Ich kann nicht näher rangehen. Das ist der einzige Weg. Ripley, das ist ein Krankenhaus. Evakuierungsverfahren müssen eingeleitet werden. Bringst du das Problem? Ja. Gehen sie mal weg. Wäre schon etwas, wenn sie nicht auf mich schießen würden. Vielen Dank. Okay, also ich muss gehen nach rechts, aber da stehen ja die Personen. Da ist ein Speicherpunkt. Ich glaube, den sollten wir mal benutzen. Hm. Also wir müssen jetzt evakuieren, damit wir da durchkommen. Okay. Ich habe das Gefühl, dass wir diese Folge ein paar Mal sterben werden. Äh, ja. Okay, okay, okay. Hier ist ein Generator, den muss ich glaube ich anmachen. Übergangspatienten müssen ihre Crew-Nummer und Endok-Zulassung annehmen. Ich muss den Versteck finden. Versteck, 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 Versteck. Versteck. Oh. Dass der nicht herkommt. Das war doch eindeutig sehr laut. Man wollte schon sagen, da kommt er ja. Oder auch nicht. Schachzugang des Dingens. Okay. Ich kann mich hier aber auch nirgendwo verstecken, ne? Nee. Hm. Das wird schwierig. Oh Gott, die Folge wird auch nicht so lang. Kann ich mich hier zu fehligerweise... Oh. Seht mal einer da. Ja. Was muss ich jetzt machen? Da hin, irgendwie. Okay, ich darf jetzt nicht in Flüssigkeit treten. Das wäre mein Tod. Wirklich, alles in Ordnung? Ja, noch. Wirklich. Nicht jetzt. Ich hoffe, du greifst dich mal nicht an. Ja, wünsche ich dir auch. Falls Sie diese Anlage in einem unannehmbaren Zustand vorfinden sollten, melden Sie sich bitte an uns. Okay. Mach ich. Was ist er denn? Sie tragen einige sehr gefährliche Gegenstände mit sich. Nee, tu ich nicht. Tu ich ganz und gar nicht. Hast du das, was ich kurz mache? Ich mach ganz kurz, zieh mich voll heilen. Zulachliche Leute. Ja. Bitte geh jetzt einfach rechts rum. Vielen Dank. Ja, ja. Kalk mich ruhig an. Ich hab genug Leben. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ich hab Angst schon. Ich brauch keine Hilfe. Dön, sie auf sich einzumischen. Ja, ja. Oh, hier fangen wir nicht durch. Ich mach was, was er sagt. Obwohl, er ist hier grad sehr, sehr laut. Das ist ja scheiße. Ja, wir sind tot. Ja, ja. Töte mich. Nimm mich mit in die Hölle. So ist das Leben halt, ne? Okay, aber war da kein Versteck? Das ist merkwürdig. Das ist äußerst merkwürdig. Ja, gut, ne? Machen wir eben das hier wieder. Zack. Zack. Oh, und zack. Kennt man ja. Dann gehen wir mal rüber. Wir haben noch den nächsten Dingens an. Naja. Wir müssen halt nur später irgendwie rüberkommen. Das ist das Problem. Eins, zwei, drei. An mit dir. Aber voll hier. Oh, ja. Das ist äh, das ist äh. Naja, kommen Sie mit mir mit. hier ist alles ganz normal probieren ist wie komme ich da vorbei muss ich auch noch links Alter, kriegt man ja LSD hier. Da dürfte nicht durchlaufen. Naja, eigentlich nicht. Wäre so nett, wie du nur einfach vorbeigen könntest. Oh Mann, ey. Hey, da drüben! Puh! Was ist das denn hier? Ist ja gut! Soll das hier passieren? Scheiße! Oh fuck! Entkommen sie! Oh shit! Wohin denn? Fahr da ausdurch, okay. Entkommen sie! Jawohl, ihr seid ja lustiger, Leute! Gibt's hier zumindest einen Safepoint? Ich glaub, das ist ein automatischer Safepoint, hoffentlich. Oh fuck, alter. Wartet mal, auf einmal ist er... Ich weiß, dass er jetzt irgendwie dumm ist. So, speichern die ab. Haha. Unter Alien. So. Brauchen wir auch was für Some Alien. Oh, moinz Bruder! Haben sie... Madam? Weiß ja nicht. Haben sie eben was für mich? Es aussieht nein. Oh. Das war dumm. Äh. What? Oh ne. Ernsthaft jetzt? Gut, dann nochmal. Alle guten Dinge sind drei. Ne? Ah. Ich hab' eine Frage, wie soll man da vorbeikommen oder wo? Warte. Können wir uns zufälligerweise grad noch medikit basteln? Herzache. Okay. Das heißt, wir haben dann später noch eins, falls wir nochmal Schaden kriegen. Also, wir kriegen die ganze Zeit Schaden. Dann können wir ein bisschen länger überleben. So. Oh ja. Tu deinen Speichel runterfließen lassen. Hm. Hm. Naja. Naja. Ne, ne. Möchte ich nicht gerade. Ich hab' was anderes zu tun. Vielen Dank. Ne. Ne. Möchte ich nicht gerade. Ich hab' was anderes zu tun. Ne. 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 Bist du nicht. Oh ne. Jetzt kommt der Typ auch noch. Der Typ läuft kurz da, das ist gut. Ich drehe es jetzt nicht um. Da gehen wir auch nicht durch. Auch der Typ ist ja jetzt da, ne? Oh. Moin, Sir. Wo ist es? Was steht da? Ja, ja. Da krieg ich mal... Oh, fuck. Ähm. So, jetzt kriegen wir natürlich hier wieder schön eine Explosion ins Gesicht. Jetzt mal ganz kurz schauen. Wo muss ich überhaupt hin? Naja, kommt mit der Animation. Moin. Moin. Hier ist wie. Geht nicht. Ist zu. Äh. Da muss ich irgendwie durch. Tür verschlossen. Ja, haben wir hier irgendwas, um die Tür zu öffnen? Das Einzige, wo ich rein kann, ist hier. Aber mehr habe ich auch nicht. Sprich, es muss irgendwas geben, um das Ding aufzumachen. Hier. Tür verschlossen. Ach komm, ey. Wie soll ich denn hier rauskommen? Hä? Warte mal. Alle Tür... Oh. Da ist doch was. Pass mal auf. Ich habe irgendwas gesehen. Wie soll ich denn? Wie soll ich denn... Wo soll ich denn raus? Es geht nirgendswo raus. Okay. Oh. Da hoch. Da kam es eh auch her. Ach Gott im Himmel. Steh uns bei. Oh, je. Also ich wollte es ja richtig actionreich hier. Ach so scheiße. Hoffen wir mal, dass wir eh nicht unserem Freund begegnen. Der könnte natürlich auch hier rumgeflüchtet sein. Da kommen immer noch irgendwelche Brandspuren mit uns. Nein. Mein Gott ist das schlimm. Wir haben kein Safe Point, oder? Wie es aussieht nicht. Seeks Synthetics. Oh. Jetzt ist Speicher. Okay. Ich dachte, ich hole jetzt einfach das Medi-Cut und zack raus, aber nein. Oh. Manu registriert. Wird heruntergefahren. Was wird heruntergefahren? Findet ihr einen alternativen Krafstuhl? Oh, ne. Werde jetzt. Okay, wir können hier drin also sterben jetzt. Interessant. Da fehlt ein Teil. Oh, speichern. Ja, speichern. Aufzugstörung. Reparatur benötigt. Schieß einfach auf alles, was ich kriege. Ist doch alles total verrückt. Reiß dich zusammen. Sie haben ihn einfach getötet. Und jetzt wird sie auch gut. Überruhung dich einfach. Interessant. Technika-Ausbildung. Ich glaube, ich habe etwas gehört. Du überstrapazierst dein Glück. Immer weiter. Sie sind in der Unterzahl. Ja. Okay, dann nehme ich. Wer kennt es aus? Jetzt werden wir speichern. Deckung suchen. Da haben wir mir ins Gesicht geschossen. Und durch so kleine Schlingel. Verdammt. Drei Kugeln. Für jeden Einer. Also gut zu wissen, dass das Alien dann kommt. Aber wir können sie so töten. Wollte ich dann noch ein besseres Versteck. Natürlich. Du, gehst mal bitte weiter. Er bleibt da. Gut. Dann gehen wir hier schnell hier lang. Vor er da rumkommt, müssen wir... ...da sein. Gut. Haben wir hier irgendwas. Beginnen Sie diese... Ja. Könnte jetzt eh den gewesen sein, sage ich nur so, ne? Na ja, was sind die? Schauen wir mal eine an. Haben wir hier irgendwas stehen? Irgendwas Wichtiges. Wo die Sachen auflagern oder so. Äh, auflagern soll ich schon. Aha. Okay, nix. Hm. Hm. Das hier tut doch wohl schwieriger als gedacht. Und da ist noch ein Safepoint. Ist ja wahrscheinlich umsonst hier, ne? Auf keinen Fall. Spätzeit über den. Mal gucken, was steht hier noch drinne. Da muss doch irgendwas Gutes drinstehen. Mal schauen. Ja, gut. Gute Zeit. Ich bin zum Volljord, ey. Dipp, 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 dipp. Nee. Okay, hier ist nix. Die Frage ist ja... Da geht's runter. Hä? Richtig. Oh. Rauchgranate. Schick, schick. Wenn wir uns das hier hinführen. Mal schauen, ne? Ja. 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 Das Problem. Da. Ich seh, das Problem oft ist... ...was haben wir hier noch? Warum? Oh, muss da irgendwas Gutes dran stehen. Hier sind so viele Terminals, ey. Da muss doch irgendwo was Lützliches sein. Aha. Okay. Nichts, was uns wirklich wichtig erscheint. Da geht's wieder hoch. Komponenten-Storage. Oh. Oh! Oh. Mit den Androiden. Das kann ja noch spaßig werden, was. Aber, das machen wir ja erst in der nächsten Folge. Und diese wird voraussichtlich erst später nächste Woche irgendwann online kommen. Deswegen würde ich sagen, macht's gut und ciao. Euer Red Game.